Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Runde mit meinem Druinen und Kisten. Ich habe ja gesagt, ich wollte jetzt nochmal eine machen, Ende des Monats. Da ich aber jetzt die Woche wahrscheinlich keine mehr vollkriegen werde, weil ich es aber nicht schaffe mit dem Zusammenfarmen, machen wir die auf, die da sind. Man beachtet den unteren Teil der Kiste nicht. So, wir haben hier mehrere. Wir haben hier Nachtsüchtigen. Das sind nur Paragon-Kisten. Und ich würde sagen, wir machen die jetzt einfach mal auf und gucken, ob wir was bekommen. Mal wieder nichts. Auch wieder nur Münzen. Never Splitter. Diese Teile, die brauche ich gar nicht. So, wieder nur Gold und Münzen. Ach, den haben wir auch schon x-mal gehabt. Nee, auch nix. Steinachs, kuriosen Münzen. Hm. Und der letzte. So. War leider nichts drin. Das waren jetzt, glaube ich, neun Kisten. Kein Inhalt. Ich werde versuchen, versuchen, die nächste Zeit, das wirklich mal auch wöchentlich zu machen. Da ja mittlerweile meine Chars alle mit dem Ruf ein bisschen hinterher kommen. Und dann schauen wir mal, wie lange wir noch brauchen, um die anderen Mounts zu bekommen. Wir haben ja immer noch erst den Teppich. Leider, leider. Na gut, ihr, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr könnt mir hier mal reinschreiben, was fehlt euch noch. Was hättet ihr gern noch? Habt ihr da überhaupt Bock drauf, diese Kisten zu farmen? Und, und, und. Erzählt mir mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.